Das Orgelporträt. Die Voglerorgel in Schelsitz. Die Voglerorgel in Schelsitz. Die Voglerorgel in Schelsitz. Die Voglerorgel in Schelsitz ist ein Ortsteil der Stadt Naumburg an der Saale, ganz im Süden des Bundeslandes Sachsen-Anhalt, inmitten des Naturparks Saale-Unstruth-Trias-Land im Burgenlandkreis. Der an drei Seiten von der Saale umgebene Ort liegt idyllisch am Nordufer des Flusses gegenüber der Mündung der Vetau, drei Kilometer östlich von Naumburg. Bis 1815 lag Schelsitz im Amt Freiburg, einer Verwaltungseinheit innerhalb des Kurfürstentums Sachsen und in der Barockzeit für rund ein Jahrhundert des albertinischen Sekundogeniturfürstentums Sachsen-Weißenfels. Nach dem Wiener Kongress wurde der Ort dem Königreich Preußen zugesprochen und lag so dann im Kreis Naumburg der neu gebildeten Provinz Sachsen. 1950 erfolgte die Eingemeindung in die Stadt Naumburg. Die Kirche des 1186 erstmals urkundlich genannten Dorfes stammt in ihren Grundzügen aus romanischer Zeit. Von 1682 bis 86 und nochmals 1719 erfolgten Umgestaltungen an der Kirche, deren schön gearbeiteter Kanzelaltar sowie der spätgotische Flügelaltar auf der Empore die Aufmerksamkeit der Besucher fesseln. Die Orgel mit ihrem liebevoll detailreich verzierten klassizistischen Prospekt entstand 1820 und stammt aus der Werkstatt des Orgelbauers Matthias Vogler aus Naumburg. Etwa um jene Zeit gab Karl Christian Kegel, 1777 in Frankleben bei Merseburg geboren, Schüler Johann Christian Kittels und seit 1807 als Lehrer und Kantor in Gangloff-Sömmern bei Erfurt tätig, eine Sammlung von Orgelstücken heraus, aus denen wir zu Beginn die erste Kyriebearbeitung, Kyrie, Gottvater in Ewigkeit hörten. Ihm schließen sich traditionell das Christe aller Welt Trost sowie das Kyrie gottheiliger Geist an, so auch in der Fassung Karl Christian Kegels, der in seiner kunstvollen, an Bach und seinen Eleven orientierten Schreibweise zu den bemerkenswertesten der vielen, heute vergessenen, lokalen Meister jener Zeit gezählt werden darf. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Orgelbauer Matthias Vogler wurde 1750 im Bayerischen geboren. Wo er sein Handwerk erlernte, ist nicht überliefert. Man kann aber davon ausgehen, dass er als Geselle bei dem Leipziger Universitätsorgelmacher Johann Gottlob Mauer gearbeitet hat, bevor er sich um 1780 selbstständig machte. Als Mauer nämlich 1780 Hals über Kopf aus Leipzig floh, sein Unternehmen war in Konkurs geraten und er versuchte in Russland einen Neuanfang, brachte dessen Geselle und Nachfolger als Universitätsorgelmacher, Gottlob Göttlich, den von Mauer begonnenen Umbau der Orgel im Wurzner Dom gemeinsam mit Matthias Vogler zu Ende. Und noch 1804 erhielt Vogler den Auftrag, die ebenfalls von Mauer begonnene und nicht vollendete Orgel in Zweimen im heutigen Saalekreis fertigzustellen. Matthias Vogler hatte sich in Naumburg niedergelassen und geheiratet, aber offenbar kein Bürgerrecht erworben, denn dieses wird nur für seine aus Pegau stammende Frau Johanna Rosina Mönch verzeichnet. Seine erste eigene Orgel schuf er 1785 für Plenschütz bei Teuchern und in den folgenden 30 Jahren entstanden 13 weitere Instrumente, mit wenigen Ausnahmen alle im engeren Umkreis von Naumburg. Und auch in Naumburg selbst finden wir Vogler im Dom und an der berühmten Hildebrandorgel der Wenzelskirche bei der Arbeit. Erhalten blieben etwa die zweimanualige 1789 vollendete Orgel in Niedertrebra bei Bad Sulza im thüringischen Landkreis Weimarer Land, die ebenfalls zweimanualige 1806 vollendete Orgel in der Stadtkirche zu Schildau nordöstlich von Torgau und zwei nicht weniger schöne einmanualige Orgeln in Doten bei Schköhlen im Saale-Holz-Landkreis von 1812 und in Auerstedt bei Bad Sulza von 1818, die aus dem dem Braunkohletagebau zum Opfer gefallenen Dorfe Döbris bei Zeitz stammt. Die 1820 vollendete zweimanualige Orgel in Schellsitz ist das letzte Werk des mittlerweile 70-Jährigen, in der er noch einmal seine ganze Kunst in reifster Form zur Entfaltung bringen konnte. Danach setzte sich Matthias Vogler in Naumburg zur Ruhe, wo er 1829 verstarb. Das Schaffen von Matthias Vogler fällt in eine Zeit des Übergangs. Barocker Glanz und Farbigkeit verbinden sich mit sanften, empfindsamen Klängen zu einer Melange von großem Reiz. Barocker Glanz und Farbigkeit 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 Amen. Amen. Die 1820 vollendete Orgel in Schelsitz, die soeben in einem Orgeltrio von Georg Andreas Sorge, dem bedeutenden Musiktheoretiker und gräflich-reuss-plauischen Hoforganisten zu Lobenstein erklang, besitzt 15 Register. Das Hauptwerk mit einem Umfang bis zum 3 gestrichenen D besitzt zunächst einen klassischen, auf dem 8 Fuß aufgebauten Prinzipalkor, der über die Oktaven 4 und 2 Fuß nebst Quinta 3 Fuß lückenlos nach oben wächst und von einer vierfachen Mixtur begrönt und von einem ebenfalls vierfachen Cornette charakteristisch gefärbt wird. Daneben steht ein Weitkor aus Bordun 16 Fuß und zwei Gedakten in 8- und 4-Fuß-Lage. Das Oberwerk besitzt Portunalflöte und Gemshorn 8 Fuß sowie eine Rohrflöte 4 Fuß. Das Pedal, das bis zum eingestrichenen C ausgebaut ist, verfügt über Subbass 16 Fuß sowie Prinzipalbass und Violonbass 8 Fuß. Dazu kommen eine Pedalkoppel und ein Zimpelstern. Die Orgel in Schellsitz, letztes Werk ihres Meisters Matthias Vogler, wurde 2016 durch die Firma Alexander Schuke, mittlerweile in Werder im Havelland ansässig, überholt und instand gesetzt. Hören wir abschließend ein Stück des 1738 in Hannover geborenen Friedrich Wilhelm Herschel, der als Soldat der Kur-Hannoverschen Fußgarde im Siebenjährigen Krieg nach England kam und sich dort zunächst als Dirigent und Organist in Bath in der Grafschaft Somerset niederließ. Herschel hatte die mathematische Musiktheorie gründlich studiert und wandte sich so dann verstärkt der ebenfalls stark mathematisch basierten Astronomie zu. 1781 entdeckte Herschel den Planeten Uranus, was ihn schlagartig in der ganzen Welt berühmt machte. Seit 1793 britischer Staatsbürger und 1816 zum Ritter geschlagen, ist das musikalische Schaffen von Sir William Herschel weitgehend in Vergessenheit geraten. Zudem unter anderem 24 Sinfonien für Orchester, zahlreiche Konzerte für Solo-Instrumente sowie mindestens 24 Orgelsonaten und über 40 Voluntaries zählen, wie sie die englische Organistenwelt nicht erst seit Händel schätzte und kultivierte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. Amen. Amen.